Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Benchmark-Vergleich. Heute wollen wir schauen, wie sich das Huawei Mate S im Quadrant Standard, im Antutu und im Geekbench 3 Benchmark gegen das Honor 7 in der Mitte und das Moto X Play rechts schlägt. Viele denken jetzt vielleicht, dass das Mate S in dieser Runde nicht viel verloren hat, weil es eben deutlich teurer ist, aber darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Vorab wie immer das Übliche, ich habe natürlich alle drei eben nochmal neu hochgefahren und wir haben bei allen drei Smartphones keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das mal schnell. Also die Bedingungen sind hier wirklich identisch. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Quadrant Standard Benchmark. Lasse ich hier auch überall, also beziehungsweise ich habe ihn nochmal neu installiert und lasse ihn über diese Installation jetzt überall das erste Mal durchlaufen. Wir klicken auf Run Full Benchmark und schauen dann mal, wer am Ende den höheren Wert schafft. Also wie gesagt, wieso ist das Mate S hier dabei? Denn die beiden kosten so um die 349, hier haben wir allerdings 649 Euro. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das Huawei Mate S kommt mit dem gleichen SOC wie das Honor 7. Wir haben bei beiden den High Silicon Kirin 935 Octa-Core mit 4x2,2 und 4x1,5 GHz. Dazu 3 GB Arbeitsspeicher und ich wollte einfach mal schauen, ob es da vielleicht doch irgendwelche Unterschiede gibt bei der CPU-Power, bei der reinen CPU-Power und das glaube ich kann dieses Video ganz gut zeigen, denn eigentlich dürfte es da keine Unterschiede geben. Hier beim Moto X Play haben wir dann den Qualcomm Snapdragon 615, ebenfalls Octa-Core, allerdings mit 4x1,7 und 4x1 GHz. Dazu 2 GB Arbeitsspeicher, also auf dem Papier haben die beiden hier auf jeden Fall mehr Power. Wir schauen mal, wie das dann beim Quadrant Standard Benchmark aussieht. Da haben wir hier beim Mate S 16.331 Punkte. Hier beim Honor 7 haben wir 13.786 Punkte und dann beim Moto X Play haben wir 23.774 Punkte. Also macht das eigentlich alles keinen Sinn, was ich eben erzählt habe. Nein, so ist es natürlich nicht, aber den Quadrant Standard sollte man eh nicht überbewerten. Da haben die Huawei Smartphones erfahrungsgemäß immer weniger Punkte, weil die anderen gerne mal ein bisschen rumtricksen. Insofern kommen wir jetzt dann zu meinem Tutu-Benchmark, da sollte das Ganze dann deutlich interessanter werden. Weiter geht's also im Antutu-Benchmark. Ihr seht, wir haben bei allen dreien die gleiche Version installiert und wir klicken gleich mal auf Test und schauen dann eben mal, wer auch hier am Ende den höheren Wert schafft. Antutu, der braucht immer etwas länger, insofern hole ich aus und erzähle euch einfach mal ein paar Worte. Zum Moto X Play wurde das Review ja schon veröffentlicht, das habe ich auch schon etwas länger hier als die anderen beiden. Das Honor 7 und das Mate S nutze ich jetzt aber beide seit knapp 10 Tagen parallel im Einsatz. Das finde ich einfach nur ziemlich interessant, weil mich viele von euch fragen, ist das Mate S die 300 Euro mehr wert? Ich sage das jetzt mal so, ohne die Reviews schon veröffentlicht zu haben, objektiv betrachtet ist es natürlich keine 300 Euro mehr wert. Diese 349 Euro für das Honor 7 sind aber schon auch echt eine Ansage. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen, preisleistungstechnisch bekommt man hier echt einiges gebotene. Aber das Mate S hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. Es ist haptisch einfach nochmal auf einem ganz anderen Level, fühlt sich hochwertiger an, liegt in meinen Augen auch nochmal besser in der Hand. Es fühlt sich so extrem dünn an, während das Honor 7 sich eben schon wie so ein massiver Klopper anfühlt. Also ähnlich wie jetzt hier zum Beispiel das Moto X Play. Da ist es definitiv nochmal krasser, aber da haben wir dafür auch einen deutlich größeren Akku. Außerdem haben wir das bessere Display hier beim Mate S, das ist ein AMOLED Panel. Und ich habe selten ein AMOLED Panel gesehen, das wirklich so gut kalibriert wurde. Also da muss man Huawei echt loben, denn da beschweren sich ja immer viele, dass die AMOLED Displays zu übersättigt sind. Die Kamera muss ich mir noch genauer anschauen, da muss ich noch genauer vergleichen, aber da scheint das Mate S auch die Nase vorne zu haben. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr sehr angetan vom Honor 7, vor allem für das Geld, aber eben auch vom Mate S. Aber man muss eben immer im Hinterkopf behalten, das Ding kostet tatsächlich 300 Euro mehr jetzt zum Anfang. Klar, die Preise werden hier sinken beim Mate S, das müssen sie. Während beim Honor 7 das Ganze vermutlich, wie man das von Honor kennt, stabil bleiben wird. Aber nichtsdestotrotz sind das momentan eben um die 300 Euro. Ja, und das ist schon echt eine Ansage. Ihr habt es vielleicht am Anfang gesehen. Ich habe hier beim Mate S einen anderen Launcher installiert, der Nova Launcher mit einem anderen Icon Pack, also dass das Ganze hier mehr an Stock Android erinnert. Ich habe die Huawei Tastatur ausgetauscht gegen die Stock Android Tastatur. Ja, und das bringt einfach performance-technisch nochmal so viel mehr. Ja, also das Mate S läuft jetzt flüssiger, was das Tippen zum Beispiel angeht mit der Tastatur oder ansonsten, als das Honor 7. Wobei, wenn wir beim Honor 7 einen anderen Launcher installieren würden und ein anderes Icon Pack und eine andere Tastatur, dann würde das ähnlich flüssig laufen. Was ich damit sagen will, ich will jetzt nicht schon wieder das Design von Huawei als Benutzeroberfläche schlecht sprechen, weil das ist einfach Geschmackssache. Aber nichtsdestotrotz wäre da vielleicht etwas weniger tatsächlich mal mehr. Das ist ähnlich wie bei TouchWiz zum Beispiel, wäre vielleicht ganz gut für die Performance. Und ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass sich sehr, sehr viele extrem freuen würden, wenn es zum Beispiel ein Gerät mit der Hardware des Mate S gibt. Das dann eben als eine Art Nexus mit Vanilla Android. Aber ja, es soll ja dieses Jahr auch noch ein Nexus von Huawei erscheinen. Rechts liegt dann auch noch das Moto X Play. Das habe ich auch mit aufgenommen in diese Runde. Größentechnisch ähnlich. Wir haben hier ein 5,5 Zoll Display, hier beim Honor 7 ein 5,2 Zoll Display. Aber beide kosten eben um die 349 Euro und sind preis-leistungstechnisch meiner Meinung nach momentan so zwei der heißesten Kandidaten, würde ich jetzt mal sagen. Haben aber beide unterschiedliche Vorteile. Das Mate S ist etwas kompakter, definitiv auch hochwertiger als das Moto X Play. Das Moto X Play kommt dafür eben mit diesem Mörder-Akku, muss man einfach so sagen. Haben wir nochmal eine deutlich bessere Akkulaufzeit. Jetzt sind wir mit dem Antutu Benchmark fertig und da bewahrheitet sich dann das, was ich eben erzählt habe. Also die beiden sind wirklich nahezu identisch. 50.678 beim Mate S gegen 49.098, wenn ich das richtig sehe, hier beim Honor 7. Und dann das Moto X Play schon etwas abgeschlagen bei 36.819 Punkten. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch den Geekbench 3 an. Und jetzt schauen wir uns eben auch noch den Geekbench 3 Benchmark an. Ein reiner Prozessor-Benchmark, das dürfte meiner Meinung nach so der interessanteste hier werden. Da seht ihr dann auch nochmal bei den Daten am Anfang, was ich vorher schon erzählt habe. Die beiden, also das Mate S und das Honor 7, sind sich, was den Prozessor und den Arbeitsspeicher angeht, absolut identisch. Einziger Unterschied. Hier haben wir schon Android 5.1.1, hier haben wir noch Android 5.0. Das ist vielleicht auch einer so der Gründe, warum das Mate S beim Quadrant Standard einen etwas höheren Score hatte. Ansonsten beide 3 GB Arbeitsspeicher, beide auch die gleiche Grafikeinheit. Und dann hier eben nochmal das vom Moto X Play. Ich klicke jetzt mal auf Run Benchmarks. Das geht normalerweise eh ganz schnell. Ist auch nochmal so ein schöner Weiswert-Vergleich. Da haben die AMOLED-Displays im Normalfall ja immer etwas das Nachsehen. Wobei man sagen muss, dass, ich habe ja eben schon erwähnt, das Mate S hat ein sehr, sehr farbechtes AMOLED-Display. Nichtsdestotrotz hat hier das Moto X Play, was den Weiswert angeht, etwas die Nase vorne. Allgemein hier ein sehr, sehr gutes Display, aber auch beim Honor 7 und eben beim Mate S. Jetzt warten wir mal ab. Man sieht auch immer ganz gut, dass die beiden hier bei den Benchmarks etwas schneller sind. Das spricht schon normalerweise auch dafür, dass man hier etwas mehr CPU-Power hat. Ich habe den GFX-Benchmark hier weggelassen. Den nehme ich ja normalerweise immer nur mit, wenn ich testen will, ob die Dinger warm werden, weil der 20 Minuten dauert. Da kann ich aber bei allen drei Smartphones Entwarnung geben. Keines von diesen Dingern, selbst wenn ihr zockt, wird irgendwie unangenehm warm. Also da muss man sich keine Sorgen machen, obwohl wir hier zwei Metallgehäuse haben. Insofern habe ich mir das gespart. Quintessenz ist einfach, die Dinger werden nicht unglaublich warm. Da fand ich jetzt eben diese Benchmarks doch etwas interessanter. Und wir schauen mal, wer hier dann am Ende die Nase vorne hat. Wir haben hier 946 im Single-Core-Score und 3986 im Multi-Core-Score. Sieht hier dann etwas anders aus. Allerdings nur im Multi-Core-Score. Kann man sich jetzt vielleicht nur denken, vielleicht hat Honor oder Huawei, vielleicht haben sie sich da gedacht, irgendwie lasst uns irgendeine Sicherheitsfunktion mit einbauen, dass nicht alle Kerne so hoch takten können. Ich weiß es nicht. Oder liegt es an Android 5.0? Keine Ahnung. Aber ihr seht im Single-Core-Score beide wirklich sehr, sehr nah beieinander. Und wir haben ja eben auch immer den Tutu-Benchmark gesehen, dass sich die beiden quasi nichts nehmen. Jetzt warten wir noch auf das Moto X-Play. Das sollte auch gleich fertig sein und sollte eigentlich, ja, das, was ich eben vorher auch schon gesagt habe, das hat dann nochmal weniger Punkte. Da sehen wir halt einfach, dass das hier eher ein Mittelklasse-Prozessor ist. Und die beiden hier, ich will jetzt nicht sagen High-End, weil an einen Exynos 7420 kommt der Kirin 935 nicht dran. Aber es ist eben definitiv ein Oberklasse-Prozessor. Also hier 712 zu 2554. Was man am Ende von diesem Video vielleicht mitnehmen sollte, obwohl das Honor 7 300 Euro günstiger ist, hat es ähnlich viel CPU-Power wie das Mate S. Das finde ich schon ziemlich beachtlich. Beide kommen benchmarktechnisch aber nicht an einen Galaxy S6 dran. Aber das sind eben auch nur Benchmarks. Das war vorher klar. Wichtiger ist die Alltags-Performance, wie sich das Moto X-Play da schlägt. Das wisst ihr schon. Da gab es ja schon das Review. Und die Reviews zu diesen beiden Smartphones kommen auch in den nächsten Tagen. Das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.